So, bevor wir es vergessen, für all die, die diesen Stream auf YouTube nachschauen, herzlich willkommen bei der Stream-Zusammenfassung. Herzlich willkommen. Wenn ihr den Stream live sehen wollt, jeden normalerweise Mittwoch auf Twitch. Normalerweise. Außer nächste Woche. Nächste Woche ist schon wieder Dienstag, weil dann bin ich Mittwoch, äh, nein, nächste Woche, glaube ich, ist noch Mittwoch, übernächste Woche ist Dienstag, aber grundsätzlich immer Mittwochs auf Twitch und da eh high. Wir machen heute zwei Dinge. Zum einen, ähm, habe ich ja letztes Mal getestet mit euch und gesehen, dass die 2812er nicht funktionieren. Die, ähm, mittlere leuchtet nur lila und die rechte leuchtet gar nicht. Ich habe die Rolle gefunden mit den 2812ern, das heißt, wir tun die alten runter und zwei neue drauf. Wir schauen, wie gut das geht. Matthias hat mich schon vorgewarnt, es wird, ähm, es wird ganz, ganz bösartig werden, weil die echt, die explodieren halt instant, wenn sie Wärme kriegen. Die tauschen wir und testen dann gleich, ob es gehen. Und dann werden wir uns in die ESB Home, Scripting und so weiter, Thematik einarbeiten. Also wir schauen mal uns an, was für State-Maschinen wir brauchen werden, was für Variablen wir brauchen werden. Und ich habe auch mein Tablet schon hergerichtet mit Stift, weil, ähm, dann quasi, dann haben wir quasi, Dings, äh, können wir das ein bisschen hinschmieren. Dann habe ich auch wieder was zum Hochladen für GitHub, damit ihr den Prozess immer wunderschön im GitHub verfolgen keins. Also, hätte ich gesagt, Matthias, wir fangen ja mal mit Löttern an, oder? Irgendetwas mag da gerade die Mikroskopkamera nicht mehr. Die ist nicht schön. Ah, ich habe sie drunter, also du hast meint, das geht eigentlich nicht so schwer um. So. Die LEDs dann drauf. Und was echt unschön ist, also wenn du schon mal Lötzinn drauf hattest auf den Pads, versuchst du, so gut es geht, alles runterzuholen. Ja, das habe ich gerade hier, äh, eine Lötlitz, mit der ich das jetzt gleich mache. Bei dem hier war schon ein bisschen, äh, Lötzinn unten drunter und das ist halt, ähm, vor allen Dingen, wenn es das Masse-Pad ist, äh, es macht trotzdem keinen Spaß. Nö, das ist nervig, sowas. Also da muss man auf jeden Fall fein säuberlich wegputzen. Ah, ich hatte ja erzählt, dass es bei mir bei der JVC eine Spitze zerrissen hatte. Ja. Die kann Bock mehr hatte. Ich habe eine neue gekriegt. Ist sie schon da? Ist schon da, ist auch schon drin, ne? Das war so kurz gefragt, hier ist kaputt, wie schaut es mit RMA aus? Das erste, was zurückkam, äh, ein Paket ist auf dem Weg zu Ihnen. Haha. Naja, ich meine, du brauchst das ja beruflich, ne? Du musst ja quasi hier beim Stream Lötten und so und wenn das nicht funktioniert, dann hier gleich Schadensersatzklagen und, und, und. Also es geht ja gar nicht sowas. Also ich habe jetzt ein Stück abgeschnitten von dem entlötten Teil, weil dann muss man ja das ganze Teil anheizen, dann geht das besser. Und ich habe Flussmittel auf die Pads gegeben. Ich muss jetzt einmal alles kurz sauber runterholen. So, ich schmeiße da mal 0 Ohm rein. Ja, das wird schon trotzdem funktionieren. Ja, ich werde aber die Tage noch mal Bauteile bestellen. So ein bisschen was fehlt noch. Äh, äh, die Optilie hat wieder einen guten Tag, oder? Die hat heute auf Anhieb funktioniert. Ja, ich bin total begeistert. Also, ich habe es noch nicht repariert, ne? Also es liegt nicht an dem, dass ich irgendwas repariert habe oder so. So, Widerstand ist drin, ne? Äh, da kann man auch mal die Tage bei. Ja, genau. Also vielleicht irgendwie aufheizen, dass man von blau nach rot oder so redet, wäre, glaube ich, ganz witzig. Aber das war es dann auch schon wieder, was man Ideen vorschwirrt. Dann schalten wir das Ganze mal ein. Leuchtet hier gleich die grüne LED. Die leuchtet weiß. Die leuchtet weiß. Die leuchtet weiß. Schau, kaum macht man richtige LEDs rein, Matthias. Funktioniert es auch wieder. Sie sind alle drei leuchten, haben wir genug Strom. Sieht so aus. Cool. Ja, was weiß man, 60 mA, wenn sie komplett hell sind. Guck mal, wenn meine Hände hell sind zum Thema. Komplett hell. Die sind die gleißend hell. Also wir brauchen, glaube ich, Metall drüber, damit es nicht durch den Deckel durchleuchtet. Du kannst ja dimmen. Du kannst ja einen Nachtmodus einfügen. Grundlegend würde ich jetzt aber sagen, dass wir uns erst mal hier ein bisschen was zusammenschreiben, wie das Ganze ausschauen soll. Und grundlegend hätte ich gesagt, zeichnen wir uns jetzt einfach mal eine State-Maschine auf. Also wir fangen mit dem Aus-State an, hätte ich gesagt. Also ich würde mal mit dem Aus-State anfangen. Dass wir da quasi ein State haben und der heißt Aus. Da startet die Kaffeemaschine. Wäre jetzt so mein grundsätzlicher Gedanke, oder? Das klingt doch schon mal nicht so schlecht. Und dann hätte ich gesagt, es ist Stand-by. Aus wäre aber Boiler aus, Pumpe aus. Und dann ist die Frage, Licht aus? Nein, nein, aus aus. Wirklich aus, aus, aus. Aus, aus. Das ist quasi das, du steckst ein und quasi wie die Originale. Es leuchtet nichts, es heizt nichts, es ist wirklich aus, aus. Also wirklich alles komplett aus. Wäre jetzt so mein Gedankengang, hätte ich jetzt gesagt. Und dann vom Aus gehen wir in Stand-by rein. Beziehungsweise können wir vom Stand-by wieder in Aus gehen. Das ist, wenn wir die Eintaste drücken. Oder? Ja, würde ich sagen. Klingt nach einem Plan. Und Aus hätte gesagt, wenn wir die Eintaste drücken. Warte, das machen wir jetzt anders. Wir nennen es nicht Eintaste, sondern wir nennen es, wie hast du es genannt? Taste 2 ist das, glaube ich, oder? Müsste Taste 2 sein. Plus, hätte ich gesagt, gibt es ein Timeout. Wir sind ja EU-konform. Wir müssen ja irgendwie ein Timeout drin haben. Sprich, nach einer einstellbaren Zeit, wenn man keinen Kaffee kocht, 10 Minuten, 20 Minuten, was immer, schaltet es ja automatisch aus. Oder? Können wir machen, ja. Das fände ich jetzt, glaube ich, so am Schick dürften. Dann haben wir ja noch einen weiteren State, den du ja qualvoll vergessen hast und große Schmerzen der Kaffeemaschine bereitet haben. Erinnerst du dich an diesen State? Du meinst den Wasser auffüllen? Genau, spülen nenne ich den jetzt einfach, weil den brauchen wir ja auch zum Entkalken eigentlich, diesen State. Und da hätte ich jetzt gesagt, da gehen wir, machen wir so, da gehen wir rein mit, wie war das, Taste 1 und 2? Nee, also 1, 1 und 3. Äh, Taste 1 und 3 für 2 Sekunden oder so. Oder gar nicht. Nee, einfach nur Taste 1 und 3, wenn er im Ausdate ist. Dann weiß er, sobald die Taste 1 und 3 drückt, soll er spülen. Fertig. Wie machst du das eigentlich bei einem Zweitastenmodell, wo die Mitteltaste fehlt? Mit was? Du hast doch bei dem neuen Modell mit dem Hall-Sensor, hast du doch eigentlich nur die Power-Taste und die Koche-Kaffee-Taste. Nee, da hast du eine Tasse und zwei Tassen. Da hast du keine Power-Taste. Ah, okay. Also da ist quasi auch Taste 1 und 3. Genau. Also da gibt es nichts anderes. Also ich hätte es jetzt so gemacht, weil dann müssen wir gar nicht kompliziert hier mit Sekunden warten. Taste 1 und 3 gleichzeitig und dann soll er loslaufen. Wäre so mein Gedankengang. Dann ist die Frage bei der Maschine, wenn du eine solche hast, wie bringst du sie von außen in den Standby? Weil Taste 2 gibt es ja nicht. Da kannst du nicht Taste 2 drücken. Die existiert ja bei der Maschine nicht. Ja, das müssen wir dann aber sowieso separat reinprogrammieren. Beziehungsweise, nee, kriegen wir hin. Ich meine... Nee, kriegen wir hin. Moment. Wir haben ja, wir brauchen ja noch, wir haben ja noch weitere Dinge. Wir haben ja, wir haben ja da unten die States. Eine Tasse. Eine Tasse. Und zwei Tassen. Kochen. Eine Tasse. Also der Chat kann es natürlich auch gern einbringen, wenn es nur Ideen hat. Oder wenn wir was vergessen haben. Und in diesen State gehen wir ja rein. Das haben wir ja auch so programmiert gehabt, wenn man Taste 1 drückt. Taste 1. Und hier mit Taste 2. Und sobald das fertig ist, schüpft er... 3. Da musst du 3 haben. Und sobald das fertig ist, schüpft er wieder ins Standby zurück. Und jetzt haben wir aber noch, das damals ja auch so gehabt, dass wenn man aus dem Aus-Modus rauskommt, hätte ich jetzt gesagt, weil das war ja die eine Funktion, die man, wo ich mich ja immer so aufkriegt hat, dass die Original das nicht hat. Wenn man vom Aus-Modus kommt, dass man quasi hier auch wieder Taste 1 und Taste 3 hat, er quasi aus dem Aus-Modus raus einen Kaffee kocht. Und wenn er mit dem fertig ist, schaltet er sie wieder aus. Das ist auch so, wie die neue Senseo funktioniert. Also die... Ringe Kaffee, ja, das gibt es leider nicht. Also das ist bei der Original auch so. Sie kocht eine Tasse und schaltet dann gleich wieder aus. Die hat kein Standby, kein gar nichts. Das gibt es bei der. Das heißt, wir können im Prinzip mit der einen Software beide abdecken. Und dann haben wir aber noch den Fall, dass man quasi... Das zeichnen wir jetzt einfach so direkt rein. Abbruch. Von dem Kaffee kochen. Haben wir dann quasi durch Taste 2, also die Einschalttaste, oder Wasser. Aus. Dann wird es abgebrochen, das Kaffee kochen. State Machine haben wir. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir definieren eine Variable, Variablen, und dann nennen wir die, wie nennen wir die? Wir fangen alle mit Sensei Hajo an, oder? Sensei Hajo unterstrich State oder so. Boole. Ich gucke gerade. Supported Data Types. Boole Int Float String. Das geht. Mehr nicht. Ja, dann brauchen wir eh nur Float, äh, Int nehmen. Also ich hätte gesagt, wie Uint 8 oder so, würde der auch reichen, aber wir haben ja genug. Zeig's. Feuertrache, grüß dich. Null ist off. Moin. Oh Gott, ich muss hier reindrücken. Ah, jetzt wieder. Jetzt muss ich gerade schnell nochmal zurück. Hier hat man gerade mein Tablet vernichtet. Null ist, äh, wie haben wir genannt, aus? Eins ist Standby. Mhm. Dann nehmen wir zwei, nennen wir, ähm, eine Tasse. Ja. Eine Tasse kochen. Weil da können wir nämlich auch ganz, die ganzen Abfragen machen, ne? Wenn größer Null, da weiß ich, ich bin nicht im Aus und so. Wenn größer Eins, oder soll man das irgendwie Zehn nennen, oder so? So eine Reserve dazwischen haben. Dann kannst du, dann kannst du Substates einführen. Das, falls wir da irgendwas, dann Platz haben wir. Falls wir irgendwas brauchen, ne? Ich meine, wir haben Int, also ja, wir haben Platz. Und 40, wer dann, wir haben noch Dings, haben wir noch gehabt, äh, spülen. Weil du wirst noch ein State 21 und 31 brauchen. Für? Für die eine Tasse schwach und zwei Tassen schwach. Na, da tun wir einfach dann, ähm, da haben wir dann noch eine Variable drin, oder halt, da tun wir quasi den, den Schiebeding abfragen und dann wird die Zeit einfach verdoppelt und fertig. Das machst du bei der Maschine ohne Schiebeding sehen? Das ist einfach die Standardmenge. Okay. Äh, da kann man es ja nicht einstellen, bei der roten kann man eh nichts einstellen. Dann hätte ich gesagt, brauchen wir eine weitere Variable, also ich würde da eine ganze Hand globale Variablen definieren, und zwar würde ich nur eine globale Variable int definieren für die Standardtemperatur. Mhm. Sensehio unterstrich ähm, kaffeetemp. Oder? Ja. Dann haben wir eine int Sensehio unterstrich. Ich mache das alles als int, ne? Ich will die Temperatur dieser Maschine nicht in 0,7 Grad genau eingestellt kriegen, oder sowas, ne? da mache ich kein Flow draus. Reicht also auf 1 Grad? Genau. Sensehio Standby Temperatur, Standby Temp, braucht man, hätte ich gesagt. dann hätte ich gesagt, braucht man einen int Sensehio äh Auto Off Time oder so. Off Time. Nach der er quasi vom Standby in Aus reinhüpft. Also die Timeout habe ich es genannt. Lassen wir es Off Time. Und dann braucht man noch Int äh Kaffee Zeit oder Brühzeit. Wie lange er brühen soll, ne? Ja, es kommt drauf an, wie feingliedrig du das Kochen zerlegen möchtest. Ja. Wegen? Also ob er das Pad vorwässern soll, ob er dann warten soll, ob er dann weitermachen soll. Ähm, jetzt pass auf, jetzt tun wir hier sozusagen mal, ähm, wo habe ich jetzt meine Global Variables? Jetzt gibt es da oben ein Globals. Jetzt tun wir das einfach mal reinkopieren. Sensehio Initial Value Null. Das ist nämlich ganz wichtig. Das ist nämlich das, wie er dann auch startet und so. Ähm, weil das ist sonst Eskalation. Das habe ich, das hast du das letzte Mal ja nicht mitgekriegt, weil du nicht da warst. Das habe ich ja zum Beispiel bei dem Thermostat so gemacht, dass ich da im Prinzip ein Default Preset drin habe und er quasi in diesem Default Preset aus startet und so. Dass er quasi immer die Heizung aus hat, wenn man startet. Nicht, dass er meint, er muss irgendwie heizen anfangen oder so. So, dann haben wir gesagt, Null ist aus. Dann haben wir gesagt, 10 ist Standby. 20 war eine Tasse. Sieht nur richtig, oder? Kann man gleich sehen. 30 war zwei Tassen kochen und 40 war Spülen. Schauen wir noch mal auf unseren Sheet. Standby eine Tasse, zwei Tassen Spülen. Perfekt, haben wir. Dann haben wir das schon mal definiert. Noch eins rein, weil wie hübsch und überhaupt. So, Ausrufezeichen Lambda, das sollte so schon passen. Ach, das ist mir jetzt viel zu gut. Das habe ich jetzt gar keinen Bock, da im Stream ewig rumzumurksen. Das nervt mich zutiefst, weil es unendlich langweilig ist und überhaupt nichts funktioniert, wie es soll. Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ja, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen, warum das so so fuchst und was das macht oder nicht macht. Nee, wir haben auch schon wieder Zähne. Ich würde sagen, wir haben irgendwie genug gestreamt für heute. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Vielen, vielen Dank für die ganzen Subs und Abos und überhaupt und alles. Nee, gut, dann alle miteinander einen wunderschönen Abend. Habt noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.